hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi band und wir sind heute bei der 76 folge den 30 11 und wir spielen mal wieder gegen terana schon lange nicht ich glaube das ist jetzt glaube ich meistens von terana fertig gemacht ich bin mir gar nicht sicher wir haben auch eine neue map die hatten aber auch schon das war ja das war die genau das war die mit dem container so gegen terana ja ja jetzt mal wieder unser standardbild spielen eröffnen wir flieger dann gehen dann die kolossis und dann am ende archon mortal und versis und dann machen wir exen das ist außer wir haben irgendeinen proxy scheiß ich könnte doch ich gucke einfach mal rum man weiß ja nie so nehmen wir unsere exe zack und müssen jetzt auf jeden Fall unten ein paar länder setzen und können auch einmal gronne mussten gleich ich habe gesehen dass ich jetzt Gas. Ohne Busen haben wir so unser... unser... Dingsbums. Gate upgrade. Und nehmen dann auch gleich das Stargate. Und haben natürlich keine Echse. Dann sollten wir auf jeden Fall sowas bauen. Da brauchen wir noch mehr Stalker. Das sieht nach Cyclones aus. Ohne Busen auch die Stalker jetzt mal. Ohne Busen auch die Stalker jetzt mal. Ohne Busen auch die Stalker jetzt mal. Ohne Busen auch die Stalker. Ohne once buy gates. Also für mich sieht das ein bisschen nach einem kleinen All-In aus. Keine Exa hat. Unsere Wackel kommt ja gleich. Sollten wir eigentlich safe sein. Da kommt was. Da ist ein All-In. Ich verstehe. Wahnsinn. Ne? Ja. 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 Wir werden die Wache üben. Das müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Energie bei 100%. Dann legt das hier. Benötigen Unterstützung. Ihr benötigt mehr. Ich bin hier. Sieht gut aus. Wir brauchen immer viel mehr Gates. Das wollte ich vorhin nicht holen. Äh wo ist es denn? Hab ihn noch nicht. Bei einer der Wache. Aufholen. Die Karte. Götchen. Sieht mir nicht. Die Karte. Sieht mir um sie zu tun. So, wir gucken einfach mal rein. Wer türmcht mit? Der hat er schon. Eine Echse. Hat er schon. Hat halt aber sonst nicht viel. Es ist alles. Die Echse werden angegriffen. Die Echse werden angegriffen. Benötig mehr Unterstützung. Wir haben eine Echse. Viel. Die Echse werden angegriffen. Die Echse werden angegriffen. Alter. Na dann, Dair. Der Kampfesruhen wird unser sein. Ihr habt nicht gelüben Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. GG! Easy! Oh, der war ziemlich hoch gerankt. Oh, da gab es aber auch noch nicht Punkte. 4245 MMR. Und wir können endlich die Einspieler platten. Oh, der war schon mal ein Meister. Lohnt sich, lohnt sich. So weit ressourcentechnisch war er gar nicht hinter uns. Naja doch, das Stückchen hier macht schon ordentlich viel aus. Naja, Armytechnisch näher. Ich weiß nicht, ob ich ihm mehr gebracht hätte, wo ich keine Einheiten mehr hätte, dass er reingestürmt wäre. Aber, war schon okay für uns. Für uns war es okay. Wir spielen noch eins. Zur Zeit haben wir auch wieder sieben Spiele mehr als verloren. Äh, Spiele gewonnen als verloren. Und läuft gerade wieder ein bisschen. Wir anfangen jetzt eine ganze Weile, wo es halt durchwachsen. Wann hat die Season angefangen? Vor sieben Tagen? Acht Tagen? Wiss ich gar nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es doch mal, dieses Jahr Meister zu werden. So, wir spielen wieder gegen Terranor. Ja. Ach, ich hätte mir das Bild nochmal angucken sollen von dem. Also, das war schon ein bisschen sehr seltsam, was er da gemacht hat. Da war ich eigentlich mit Flieger und wahrscheinlich ganz gut da. Also, stand ich sehr gut da. Ob in Europa hätte eigentlich auch gereicht. Obwohl, die, äh... Wie sind sie? Die Falcons. Die sind so scheiße. Da waren, glaube ich, meine Voids wirklich am besten dagegen. Da hat er doch viel zu wenig Marines gehabt. Ein paar mehr Marines sind, glaube ich, das letzte Spiel verloren. Aber egal, wir konzentrieren uns jetzt auf das neue. Ich hoffe, dass es diesmal ein normales Spiel ist. Wir haben nicht genügend Mineralien. Der Exer kann er noch nicht haben. Sollte er noch nicht haben. Hm. Okay, es wird Nollen, so wie das ausschaut. Nee, doch nicht. Ich hab mir die Sonne verloren. Naja, ist aber nicht schlimm. Naja, ist aber nicht schlimm. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nehmt mal die nächstes im Scouten. Wir haben nicht gesehen, ob wir ein Gas genommen haben. Die Sonnen werden angegriffen. Nein. Ja, wir sind jetzt im Marine. Unbedingt mehr Gas am Anfang. Ja. Und Philo. Ne, brauchen wir noch nicht. Er kann gebaut. Der kann nach oben bleiben. Ja. 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 Ich bin hier in den Schatten. Ganz wie ihr wünscht. Eure Sonnen werden angegriffen. Wie ihr befehlt vorher. Ja. 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 Ich hab zwar ein paar Sanden von mir erwischt, aber sie auch nicht so weiter wild. Geht nicht. Ja. Das wäre gut. Ja. Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wichtig, wichtig, kalt, wir sind hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt Forschung abgeschlossen. Na, das Wistress vergessen an meiner Gates. Die müssen natürlich zerspawn. Ich verstehe. Nasuk-Time. Unsere Schicksale sind gemein. Wir müssen zusätzliche Pionnen bauen. Wir kommen in Arudin-Rashadal. Es ist ververbestimmt. Der Weg ist klar. Extrapoliere streng. Nein. Ach. Warum schießt das Ding auch jetzt erst? Hier ist zusätzliche Pionnen bauen. Wir haben Achtung. Ja. 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 Das Ąjrgflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl Ihr habt nicht gelüten. Dies muss ich in meinem Elf. Belötigen Unterstützung. Ich bin hier in der Schaden. So. Energie bei 100%. Kalt ist die Liebe. Ihr habt nicht gelüten. Mineralien. Erneut die Liebe. Ach, nicht nah genug drangebaut. Mineralienfeld erschöpft. Ich bin hier. Nicht gelüten. Ich hab hier mein kleiner Umsterbücher. Ich hab grad hier ne Dings gebaut. Ich hab grad hier ne Dings gebaut. Mineralien. Phasenkristalle. Ach, das ist noch nicht fertig hier. Herrplan. Das ist mal Kerl. Oh nein. Greens lightly. Ich hab hier den Dings gebaut. Und dann mit dem Garten. Wir nehmen jetzt auch eine vierte. Kommt. Wir nehmen jetzt eine vierte. Wir nehmen jetzt eine vierte. Das ist vorbei, mein Freund. Ja, Terran machen wir auf, fertig. Was ist das? Langsam sind wir wieder fast seit dem MMR, was wir mal zwischendurch hatten. Sieht doch gut aus. Ja gut, er braucht nur die A2. Haha, kann ich jetzt sagen. Aber er hat mal Meister gewesen. Oh, ein schöner Spieler. So langsam füllt sich unser Balken wieder. Und ja, da hinten am Ende. Wie braucht man eigentlich? 4.480. Ist auf jeden Fall Ziel, diese 100 Tage Challenge das noch vielleicht zu schaffen. Die endet ja kurz vor Silvester oder kurz nach Weihnachten und meine Challenge. Und ja, definitiv werde ich es versuchen Meister zu werden. Definitiv. Also, zur Zeit klappt es eigentlich ganz gut, finde ich. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen und folgt auf die nächsten Spiele. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutti Bär. Bis dahin, tschüss, tschüss.